Auch vor dem Osterfest machen die wilden Schneespekulationen keinen Halt. Auch da gibt es schon wieder wilde Gerüchte, es könnte vielleicht für weiße Ostern reichen. Aber das schauen wir uns gleich in diesem Wettervideo an. Wir betrachten schon seit Tagen die Ensemble-Prognosen und momentan geben die überhaupt keinen Anlass daran zu glauben, dass es irgendwie weiße Ostern bei uns in Deutschland geben könnte. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Ja, Ostern ohne Polarluft, so schaut es momentan in den Wetterkarten aus. Aber zwischen Ostern und Palmsonntag, da könnte es für ein paar Tage mal ein klein wenig kühler werden. Das alles hier in diesem Wettervideo. Aber erstmal der Blick auf die Bilanz im März. In den ersten 18 Märztagen haben wir eine mittlere Temperatur von 6,8 Grad Celsius. Und verglichen mit dem alten Klimamittel sind die ersten 18 Tage damit 4,3 Grad wärmer. Und verglichen mit dem neuen Klimamittel sind die ersten 18 Tage 2,7 Grad wärmer. Bisher gab es 19 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit ist das Monatssoll erst zu 31 Prozent erfüllt worden. Und wir kommen auf 66 Sonnenstunden. Damit ist das Monatssoll zu 61 Prozent erfüllt. Ja, wir schauen mal hier auf alle Niederschläge von allen Märzmonaten seit Beginn der Wetteraufzeichen. Wir sehen, dieser März ist bisher noch ziemlich weit unten angesiedelt. Im Bereich doch eher der trockeneren März. Also da kann noch ein bisschen was runterkommen, um quasi die Niederschlagsbilanz etwas aufzufüllen. Es gibt auch noch ein bisschen was an Regen. Vor allen Dingen im Westen und im Süden könnte sich in den nächsten sieben bis zehn Tagen noch etwas ergeben. Wir blicken auf die Ensemble-Prognose und die zeigt auf jeden Fall erst mal Richtung Wochenende ein Abwärtstrend. Die Temperaturen gehen im Mittel nach unten. In Hamburg beispielsweise auf Werte um die 6, 7, 8 Grad und eben nicht mehr 10 bis 12 oder 13 Grad. Aber pünktlich zu den Osterfeiertagen sieht man, es geht wieder aufwärts mit den Temperaturen. Richtung Ostern geht es auf 10 bis 15 Grad in Hamburg und dazu fällt zeitweise auch immer wieder mal ein klein wenig Niederschlag. In Stuttgart relativ ähnlich das Ganze. Zunächst mild Temperaturen auf einem Niveau um die 15, 16, 17 Grad in den kommenden Tagen. Dann ab dem Wochenende geht es ordentlich runter auf 6, 7, 8 Grad. Aber auch hier gilt Richtung Ostern der Trend zeigt nach oben. Das Ensemble-Mittel, die weiße Linie steigt an auf Werte um die 15 Grad Richtung Osterfest. Und mittendrin ist hier und da auch mal mit etwas Niederschlag zu rechnen. Insgesamt gibt es aber dann so Anfang April ein paar Ausreißer nach oben. Sehr krasse Ausreißer, fast schon bei 25 Grad Anfang April. Aber auch ein paar kleine nach unten. Hier mal einer, der versucht runter zu gehen in den Frostbereich. Ist aber wie gesagt eher nur die absolute Ausnahme. Unsere Wetter-App ist auch wieder am Laufen. Wir haben es wieder ausgerichtet, hingerichtet. Hingerichtet eher nicht, nein, wir haben es wieder hinbekommen, besser gesagt. Die App ist wieder funktionsfähig. Und ich würde mich freuen, wenn der Rest, der sie noch nicht getestet hat, sie gerne mal runterlädt. Gibt es bei uns im Google Play Store zum Runterladen. Und die iOS-App, sie ist bald fertig. Sie liegt quasi eher auch in den letzten Zügen. Und wir gehen davon aus, dass sie in den nächsten paar Wochen veröffentlicht werden kann. Ja, und mal der Blick auf die Wetterkarte für die kommende Nacht. Da ist zumindest nicht mehr der große Frost im Nordosten zu sehen. So 3, 4 Grad sind da immer noch möglich. Bodenfrost auf jeden Fall. Aber ansonsten eher entspannt die Nacht. 9 bis 4 Grad. Viele Wolken stellenweise lockern die Wolken auch mal auf. Ab und zu gibt es etwas Dunst oder Nebel. Und auch morgen am Mittwoch, da bleiben uns die eher milden Luftmassen treu. Aus Südwesteuropa, da kommen sie zu uns nach Deutschland. Das heißt auch morgen eher ein sehr milder Tag. Zum Start in den kanadarischen Frühling wird es richtig warm werden. Vor allem im Süden des Landes so 16 bis 20 Grad sind hier möglich. Im Rest des Landes 13 bis teilweise 18 Grad. Also auch hier im Osten muss man morgen zum Start in den kalendarischen Frühling nur nicht wirklich frieren. Es sind aber hier mehr Wolken unterwegs als im Süden. Hier lässt sich öfters auch mal die Sonne blicken. Der Donnerstag insgesamt noch ein bisschen durchwachsen. Vor allem nach Osten, nach Norden hin. Dichtere Wolken stellenweise ein klein wenig Regen. Im Westen und im Süden ab und zu Sonnenschein. Es bleibt sehr mild mit Temperaturen um die 10 bis 14 Grad im Nordosten. Und im Südwesten Temperaturen um die 14 bis 21 Grad am Oberrhein. Ja und auch der Freitag ist dann leicht durchwachsen. Im Norden ein paar Wolken, nach Süden ab und zu Sonnenschein. Noch ein bisschen wärmer sehr wahrscheinlich. Im Südwesten 20 bis 22 Grad entlang des Rheins. Das ist schon ungewöhnlich warm für einen 22. März. Im Rest des Landes Temperaturen so um die 14 bis maximal 18 oder 19 Grad. Zum Wochenende wird es dann kühler. Die Temperaturen gehen schon zum Samstag zurück. Maximal noch so Werte um die 8 bis 11 Grad nach Westen hin. Nach Osten anfangs noch mal milder mit 14 bis 17 Grad. Später hier einzelne Graupelschauer. Vielleicht auch mal in den höheren Lagen kurzer Schneeregenschauer in der Nacht zum Sonntag. Sonntag selbst auch sehr kühl dann. Maximal noch 5 bis 10 Grad einzelne Schauer und Gewitter. Kurze Graupelgewitter sind dabei. Die Sonne macht sich rar. Und der weitere Wettertrend. Wir schauen mal auf den Ostersonntag. Wir machen mal einen kleinen Sprung. Wie könnte es denn am Ostersonntag werden? Das hier ist die aktuelle Karte mit den frischen Wetterdaten für den Ostersonntag, für den 31. März. Mal als ganz grober Trend mal die Wetterkarte dargestellt. Ja und wir sehen schon, also Winterwetter ist da eher sehr unwahrscheinlich. Die Temperaturen liegen so, naja, im Mittelbereich um die 13 bis 15 Grad. Vielleicht auch mal nach Osten hin etwas darüber. Ansonsten so ein Gemisch aus vielen Wolken und etwas Sonnenschein. Eher ruhiges, entspanntes Wetter wäre das aktuell nach dem Trend für den Ostersonntag. Und der Ostermontag ebenfalls relativ milde Temperaturen. So meist um die 14 bis 15, 16, 17 Grad. Zeitweise nach Norden auch mal etwas Sonnenschein. Im Süden ein paar dichtere Wolkenfelder. Also insgesamt eher entspanntes Osterwetter. Hat wenig mit Spätwinter zu tun. Keine winterlichen Eskapaden. So ist zumindest der aktuelle Stand für die Osterfeiertage. Ja und gestern habe ich ja gesagt hier, die Wetterkarte für Karsamstag hat uns ja Schnee gezeigt. Im gesamten Südosten zum Teil eine geschlossene Schneedecke. Gestern sagte ich ja schon, Vorsicht, Vorsicht. Das ist ein Berechnungslauf. Das wird bald wieder verschwunden sein. Ja und hier mal die neueste Prognose. Ebenfalls für den Karsamstag. Ebenfalls für den 30. März. Und wir sehen, in Sachen Schneehöhe ist da nichts mehr zu sehen. Also alles wieder verschwunden. Das war eben nur ein klassischer Ausreißerlauf. Da hangeln sich wahrscheinlich einige wieder hoch Richtung weiße Ostern. Aber wie gesagt, es ist nur ein ganz kleiner Ausreißerlauf gewesen. Es bleibt dabei, die milden Luftmassen sind eher wetterbestimmend wieder über die Osterfeiertage. Das sehen wir hier auch für die Prognose für Norddeutschland bis zum 3. April. Die Temperaturen steigen Richtung Ostern im Mittel wieder an und sie fallen eben nicht ab. Es gibt sogar Ausreißer nach oben Richtung 20, 22 Grad. Und der Hauptlauf eben, der ist auch mal unten mit dabei. Aber wie gesagt, das Mittel macht die Musik und das bleibt deutlich weiter oben. Mittendrin ab und zu mal ein bisschen was an Niederschlag bis zum 3. April. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. Zunächst bleibt es sehr mild. Temperaturen um die 15, 16, 17 Grad. Danach aber zum Wochenende etwas kühler. Mittlere Temperaturen um die 7, 8 Grad. Nachtfrostgefahr. Danach wieder milder Richtung Ostern. Und mittendrin hier und da auch mal etwas Niederschlag. Im Osten die gleiche Entwicklung. Erst mal mild bis 15 Grad. Dann ein kleiner Temperatursturz. Es geht runter auf Werte. So um die 5 bis 10 Grad. Danach wieder eine Erwärmung Richtung 15 Grad. Marke Richtung Ostern. Und der Blick nach Süddeutschland. Hier ist das Ganze relativ ähnlich gelagert. Zunächst sehr mild. Um die 15, 16, 17 Grad. Danach eine leichte Abkühlung. Und dann Richtung Ostern steigen die Temperaturen wieder an. Auf Werte um die 15, 16 Grad. Im Süden unseres Landes. Und auch in der Landesmitte gibt es nichts anderes zu berichten. Es bleibt dabei erst mal ziemlich mild um die 15 Grad, 16 Grad, 17 Grad. Danach auch hier Samstag, Palmsonntag, Montag eine Abkühlung. Und danach steigen die Werte langsam in Mittel wieder an Richtung Osterfeiertage. Mittendrin fällt zeitweise auch mal etwas Regen. Und dann sind wir schon drin im April 2024. Der März ist vorüber. Und wahrscheinlich wird der März deutlich wärmer enden im Vergleich zum neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Und was könnte uns der April bringen? Naja, auch eine Abweichung von 1 bis 2 Grad über dem neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Nur hier im Norden eine geringere Abweichung. Hier maximal 0,5 bis 1 Grad darüber. Also insgesamt auch eher jetzt ein milder April. Und wir schauen noch rein in den Mai. Ja, und wir stellen fest, auch der Mai sieht mittlerweile richtig warm aus. Auch hier eine Abweichung von flächendeckend fast 1 bis 2 Grad über dem neuen Klimamittel. Und nur hier der Süden 0,5 bis 1 Grad darüber. Also da wurde die Prognose nochmal deutlich nach oben korrigiert. Es wurde zwar von der NOA ein eher milder Frühling vorhergesagt, aber nur leicht wärmer als üblich. Aber wir sehen jetzt, geht das Ganze doch schon Richtung ein deutlich zu warmer Frühling über. Es bleibt also nach wie vor spannend. Das sind übrigens die Temperaturen nochmal. Nicht die Niederschläge. Gehe ich nochmal zurück. Na, da hat es gepasst. Da war es falsch. Falsche Überschrift. Es sind die Temperaturabweichungen für den Mai 2024. Wie gesagt, April und wahrscheinlich Mai eher deutlich wärmer als eher unterkühlt. Insgesamt also steht uns wohl ein recht warmes Frühjahr in Deutschland bevor. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Noch einen schönen Abend. Tschüss, bis bald.